so ihr lieben bekommt zurück zu einer neuen volk hotel manager ja wohl müssen also in der letzten folge ist das zimmer frei geworden wir haben die dankstelle aufgemacht so habe ich meine wahren hier stehen mein service waren habe ich nicht hier stehen ein geschäftes sekunde ja ich bin da ich bin da ich bin da bitteschön nach mein service machen will ich haben wir gleich mal ein handtuch mit bett lager nehmen was denn jetzt schon gedacht ich will auch noch der polizei danken so dann nehmen wir einmal die netten papier mit ein zauberes lagen einmal handtuch ja es ist ja egal welche decken man draufhauen hat soll das alles schön gewaschen was aber einen großen dank du hast aber einen großen dank so 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 bitte danke danke vielen lieben dank das schocken das schon mal rüber bringen so das ist was ich mich für ja So. Warte mal. Müsste ja eigentlich reichen, ne? Ist das bereit jetzt, oder das Zimmer? Ja. Zimmer 1 ist breit. Ach, da auch schnell habe ich vergessen. Yo, Moment. Oh Gott, ist so viel. Ja, ich weiß, es war zu lang. Ja, es tut mir leid. Was ist denn das? Was? Echt jetzt? Okay, danke. Wo habe ich jetzt meinen Bach? Ja, ich habe es geschafft. Ja, mach das weg. Ach, das ist doch weg. Okay. Okay. Das ist großartig. Jo. Das Müll, ach, Mülleimer ist voll. Okay. Wie kann ich es dir entleeren? Ne, ich will nicht die ganze Mülleimer. Oh Gott, danke, ich habe es schnell überfordert mich. Oh, da langt noch. Oh Gott. So, äh, ja. Ich kann ja erst mal die Dankstelle, also nachdem ich die Dankstelle zumachen. Ach, Modell ist auch der nächste. Gut. Ja, wirklich da. Moment. I hate my life. Danke, Bunch. Bitte. Danke, Bunch. Bitte. Geschäft ist auch eh noch. Komm, mach hin, mach hin. Danke, Bunch. Good job. Wow. Hast du dich mal angeguckt? Nee, er hat einen Kopf geschüttelt, ne? Good job. So, jetzt mache ich auch noch das Geschäft zu und daugstelle zu, ja. Ist da noch ein Auto, ja? Dann mache ich auch schon mal das Geschäft zu, Leute. Oh Gott. Du sagst mal, ja. Äh. Geschäft zu machen, ja. Daugstelle das mal offen. Das ist noch nicht fertig. Okay, gut. Nachdem machen wir zu. Nur bedanken müsste es dann noch funktionieren. Danke. Aber weg. So. So. Ja, tut mir leid. Ich mache das Tankstelle zu. Jetzt. Tut mir leid. Ich muss dir erst mal zumachen, weil erstens aber nicht mehr viel Sprit, müssen wir schon mal neuen Sprit bestellen. Äh, jo. Dann will ich mich erst mal umgucken, ja. Wir haben die Tankstelle geschlossen. Fritte haben wir nicht mehr viel. Ist da jetzt noch, gar nicht den jetzt noch Dank, oder was? Ja, den noch. So, okay. Gut. Wie mache ich das jetzt mit dem Müllheim aufheben? Wie mache ich den leer? Ich weiß, die ganze Mülleimer weg oder was? Ich muss hier doch irgendwie... Ja, ich weiß. Wie kann ich den Mülleimer leer machen? Ja, es sollte aber reichen. Ja, ja. Für den sollte es noch reichen. Ja, reicht, ja. Oh Gott. So, jetzt habe ich trotzdem das Problem. Ist auch eben. Muss ich den Löchen wie drehen? So, so, so. So, vielleicht hin und so. Äh? Nex? Verstehe ich mich. Wie kann ich den leer machen? Na gut. Muss halt so machen. Wissen Sie nicht, wie ich den leer machen soll? Blatt, Blatt, Blatt schmeißen, einen neuen hinschellen oder? Ist nicht wichtig, den leer machen soll. Vielleicht habt ihr einen Tipp. aber denkt dran ich nehme die videos in folge auf so was wollte ich jetzt eigentlich machen benzin bestellen wache bestellen ja wie mache ich die lehrung ist wo war ich nicht hier wollte ich nicht wie mache ich die lehrung und mich mal interessieren so bestellen eigentlich etwas schlafen gehen die wohnung dankstelle so gebrauchen wird allein kraftstoff kraftstoff aber was geht denn gut was ging gut dass hier das hier das johann gesorgt ob ich das rechte da langsam ja langsam reicht ich würde sagen wir haben uns mal so ich spiel haben was überhaupt ist alles locker schön jetzt ist zwar das 3 so abgewählt weil ich auch noch machen oder machen wir schließen was das hotel ja genau ja alles gut das hotel schließt wocht mal moment tut mir leid so das nächste doch was sind wir das nur vor top saulen machen wir ehrlich was denn jetzt schon wieder achte lieferung ist da gut oder ich mache bloß mal schnell hier nicht wie immer die mülleimer lehrmacht doch das sind ja echt topsal oder ich meine kommen hier oben ja los maschinen habe ich ja ja so weg ein paar ins geschäft so 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 gut sich da ruhig mal schmutz das bloß und dann noch mal toilettenpapier alles gut noch noch einmal zu besuch also wenn die sich eben genauso benehmen das ist ja furchtbar weil ich die auch mitten drin weil die was da also ich wesentlich ja immer ein muss voll ich möchte packen und dann hierhin schocken oder so okay jetzt wissen muss jetzt wissen muss jetzt weiß ich es ok jetzt weiß ich es ja da hätten wir das zimmer nicht vermieten können die haben das filter hinter den schmissen den apel weil der apel ist es nicht mal an die jessen und schmeißt du so ein apel weg und das so und so ist so ob ich so ist da ist ich ich du erzähl was rum geschmissen das ist und wäre eine höre warum ich weiß apple weg weg ist das auch mehr ehrlich so gut wir schauen gut 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 ist sie fertig siehst du aus der maschine nehmen wir auch Sock. Sock. ich habe ich noch ein handtuch brauche ich noch ja habe ich nicht das seine bett lachen vorher sind ja habe ich ja so nicht das ist auch an du ich brauche ist doch mal du ja ich treffe mich jetzt das ist jetzt hier aber erst mal du zu nehmen ja ja dich das war jetzt nicht ja nicht was dreck ja verblickt was das jetzt nicht ja ich weiß aber das zu was ja jok und gewischt so jetzt bin ich bevor wir ja weg gehen ich mal schauen auf die alle bereit sind also also eins ist nicht bei zwei ist bereit also fehlt bei der 1 was habe ich bei 1 vergessen die decke wahrscheinlich wird noch nicht oder was zu unterspannen lagen warum ist es nicht bereit und wo noch dreck und es ist nicht bereit aufheben und das ist ich hab doch hallo also spannen lachen wahrscheinlich nur wir hatten einen tipp gegeben zu borg trinkgeld bekommen da habe ich es war auch jetzt kann ich es echt nicht in städte das habe ich denn das ist ein bad auf 1 was ist denn jetzt schief gelaufen na gut das findet man dann nicht so groß und die leben somit bedanke ich mich für euch zusehen für eure kopie darauf wie auch jeden tag schiff da 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 das da 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 da